Hallo, herzlich willkommen. Ich mache heute ein Interview mit Emily aus der Jugendjury. Hallo. Hi. Erstmal eine Frage. Wie bist du zu der Jugendjury gekommen? Ja, also ich war ja schon in der Kinderjury und das hat mir auch total viel Spaß gemacht und man bekommt ja jeden Tag, jedes Jahr, wenn es ist, was davon mit. Also es wird ja super viel Werbung gemacht und ich finde dieses ganze Filmthema super interessant. Ich gucke total gerne Filme und weil mir das in der Kinderjury schon so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir gesagt, ich werde mich jetzt nochmal bewerben, um nochmal neue Leute kennenzulernen. Ja, und ich wurde dann ja auch direkt genommen. Ich war total froh. Ja, das hat gut geklappt. Das ist cool. Was macht denn ein guter Film überhaupt für dich so aus? Ja, also das kommt natürlich so ein bisschen auf den Film, auf das Genre drauf an. Also was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, sind die Schauspieler und dass sie natürlich auch gut spielen, wie der Film gemacht ist. Das macht für mich sehr viel aus. Ich habe natürlich auch so ein bisschen Lieblingsschauspieler. Das heißt, wenn da jetzt Schauspieler mitspielen, die ich sehr gerne mag, dann ist der Film nochmal viel interessanter für mich. Aber ich bin natürlich auch immer offen für neue Schauspieler. Ich bekomme dann auch sehr schnell so ein großes Interesse für bestimmte Schauspieler. Aber ich finde das Thema natürlich auch sehr wichtig. Das Thema muss mich natürlich ansprechen. Aber ich habe ganz viele verschiedene Interessen an verschiedenen Filmgenren und ja, genau. Was ist denn mehr so dein Filmgenre? Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Jetzt in letzter Zeit bin ich voll in Horrorfilmen. Vielleicht liegt das auch daran, dass gestern Halloween war, so ein bisschen Herbst-Vibes. Da hat man natürlich immer Lust auf so ein bisschen Grusel. Genau, also das hatte ich früher noch nicht. Jetzt, wo ich so langsam älter werde, finde ich das total cool. Aber ich mag auch total gerne Fantasy zum Beispiel. Ich weiß nicht, der Hobbit, Herr der Ringe. So fette Seeabenteuer finde ich auch super interessant. Aber auch Komödien finde ich auch super witzig. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich gerade drauf bin. Ja, also was willst du denn so aus der Jugendjury mitnehmen? Ja, also natürlich viele verschiedene Erfahrungen. Also zum einen, deswegen habe ich mich ja auch hier beworben, um neue Leute kennenzulernen, wie die drauf sind, wie die ticken, was die so für Interessen an den Film haben. Ich habe aber natürlich auch Lust, mehr über Filme kennenzulernen. Also so ein bisschen, wir müssen ja auch immer nach jedem Film sprechen über den Film, was uns gefallen hat. Einfach, ich möchte ein bisschen lernen, wie man mit so Filmthemen umgeht. Was man mitnehmen kann aus Filmen, worauf man so achtet. Genau. Aber ich bin auch total interessiert daran, eben die ganzen anderen Leute kennenzulernen. Es kommen ja auch zur großen Filmpreisnacht viele Regisseure, Schauspieler, mit denen mich mal zu unterhalten. Es ist eine total große Erfahrung, die man machen kann für sich selbst, wenn man sich so für den Film interessiert. Und ja, genau. Ja, das klingt auch super. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß dabei. Dankeschön. Und das war das Interview mit Emily aus der Jugendjury. Tschüss.